Musik Komm mal runter, Alter. Du musst den Stress einfach rausfließen lassen. Was geht dich das denn an? Ich will dir doch nur helfen. Ich brauch deine Hilfe nicht. Wer bist du überhaupt? Das ist der Kranich. Der hilft dir, dich zu entspannen. Na komm. Hm? Und? Wie fühlt sich das an? Es... Es zwickt grad ein bisschen in der Wade. Du musst... Du musst deine innere Mitte finden. Und? 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 Und jetzt musst du deine Spannung loswerden. Schrei sie raus. Nee, das... Das kann ich nicht mehr. Na komm. Na los. Schrei sie raus. Nein. So nicht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Entspannungsübungen. Schließ deine Augen. Du musst versuchen, Körper und Geist zu vereinen. Und jetzt einfach 20 Sekunden lang an gar nichts denken. Ich bin stolz auf dich. 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 M-Meine Tasche!